hallo und herzlich willkommen das ist keine gute Idee wo wir sehen hallo und herzlich willkommen auf einem Baumann das Bild auf dem Channel es handelt sich tatsächlich um ein Tönt also ein Töntartner aber ich hatte damals schon mit Schassen aufgenommen das mit jemand anders und wir sind gerade wirklich beschäftigt was denn der ich nicht bei mir bist du plötzlich weg du bewegst ich aber auch gar nicht bei mir guckst du einfach nur in Sand bei mir bist du komplett weg also bei mir ich glaube wir noch hoch und bei mir guckst du in Sand ja ich glaube wir auch noch rum und du bist komplett weg schon sind eigentlich schon mal so gut funktioniert Prozent ja was jetzt sind dann um kann eigentlich Steine aufheben da können wir nicht ja ich sehe ich das ist ein bisschen kacke ich sehe gerade oh komm also ich oh da ist ein Autor ne das ist ein rotes Haus also tatsächlich sehe ich dich du guckst bei mir in Sand wie soll das denn? der Server ist geil das ist auf jeden Fall schon mal sehr geil neuer Server habe ich gehört ja geil ja gut dann mal gucken soll ich das da als Outtake hochladen ich glaube ich lade es einfach mal als als Outtake hoch oder? ja mache dann wir sehen uns dann auf dem neuen Server bis gleich tschüss 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 so tschüss